Im Allgemeinen sinken die Corona-Zahlen weiter, aber nach Ansicht des RKI sinken sie nicht schnell genug. So werden die schweren Erkrankungen und die Todesfälle weiter zunehmen und die verfügbaren intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten werden regional teilweise schon jetzt überschritten, so die Aussicht. Seit gestern gab es laut Robert-Koch-Institut 50.968 Neuinfektionen, rund 10.000 weniger als noch vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz ist ebenfalls leicht gesunken auf 331,8. Die Hospitalisierungsrate liegt bundesweit bei 5,17. Seit gestern gab das laut RKI 437 weitere Todesfälle. Rund 58,2 Millionen Menschen sind inzwischen hierzulande doppelt geimpft. Rund 58,2 Millionen Menschen sind inzwischen hierzulande doppelt geimpft. Die Hospitalisierungsrate liegt inzwischen hierzulande doppelt geimpft. Die Hospitalisierungsrate liegt inzwischen hierzulande doppelt geimpft.